Ja, hi Freunde, heute mal ein Video aus etwas unbekannterer Perspektive oder nicht so gewohnter Perspektive. Gab's ja erst ein oder zwei Mal aus so einer Perspektive. Ja, hat folgenden Grund. Ach, gegähnt. Ich hab ne kleine Cat1-Einkaufstour hinter mir. Cat2 wird ja dies ja nicht erlaubt sein. Ich war im Wiglo-Wunderland, hab ein paar, ja, Cat1 wie gesagt, geholt. Aldi, Lidl, Penny, Edeka, Rossmann hatte ich keinen Erfolg. Bei uns kein Feuerwerk vorhanden, nur Wiglo-Wunderland in Jerstedt ist das. Ja, für die, die aus meiner Umgebung kommen. Ja, also ich wohne jetzt nicht in Jerstedt, aber Jerstedt ist so 10, 15 Kilometer von mir entfernt, kommt man ganz leicht hin. Wie gesagt, wir haben hier Crazy Eyeballs von Explode Fireworks. 4,2 Gramm auf drei kleine Artikel verwendet. Ja, genau. Übrigens, Feuerwerk hat ein Ablaufdatum, ne? Verwendbar bis 20, 28, ja, drauf geschissen. Ein Euro übrigens. Kommen wir zum nächsten Artikel, hab ich zweimal mitgenommen, das Kneikraut. Jeweils sechs Stück pro Packung, mit der Anmerkung nicht in den Hals schieben. Ja, weil manche werden wahrscheinlich so schlau sein und denken, echt, man kann das Zeug rauchen. Von Leslie Fireworks, oder Leslie Feuerwerk, wie auch immer. Ja, Silvesterzauber ist das nicht so ganz meiner Meinung nach, aber besser als nix. Wir haben hier, wie gesagt, sechs Stück drin, 3,2 Gramm, ne, 3,6 Gramm pro Packung. Macht 7,2 Gramm insgesamt, auch jeweils 1 Euro. Sind wir bei insgesamt 3 Euro, für die, die es interessiert. Kommen wir zu den Ground Ninjas. Zweimal vorhanden, jeweils 1,50. NEM von 12 Gramm müssten es sein, wenn ich das noch weiß. Ja, 12 Gramm pro Packung. Sind auch beides die gleichen. Ähm, ja. Genau. Inhalt sind 10 Stück, oder 12, ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. Ja. Aussehen tut der Artikel so. Ja, kann sich jeder irgendwas darunter vorstellen. Ups. Ja, ich muss meine Finger an die Geschneiden, egal. Brauche ich jetzt eh noch die Tage. Und, ja, wie gesagt, zweimal sind wir bei 3 Euro. Insgesamt 6 Euro. Kommen wir zu einem weiteren Artikel, das Panda Bag. Wie man sieht, zweimal vorhanden. 2 Euro pro Stück. Enthalten sind Dogobit. Ja, sind zwölf Blinklichter. Dann haben wir hier Cranky Chick. Ja. Ja, boah, jetzt fällt in meiner Hand an zu zittern, weil ich das Handy so komisch halte. Ja, 2 Euro das Pack. Hier nochmal, ja, große Knei-Erbsen und kleine Knei-Erbsen. Wie gesagt, das gleiche Set hier nochmal. Gleiche Anordnung. Sind wir bei 4 Euro. Plus 6 Euro sind. 10 Euro. Genau. Kommen wir zum letzten Set. Das ist das Kraftpaket. Achso, das ist übrigens aus Mause Leslie. Das ist aus dem Hause. Das weiß ich selber nicht. Star-Trade GmbH. Sagt mir jetzt nichts. Okay. Ja, was haben wir enthalten? 142 Teile. 4 Euro. Haben wir übrigens auch zweimal. Ja, fette Hummel. Umkreise. Blitzhexe. Sagt mir jetzt nichts. Kometenschauer. Ganz interessant. Knall-Erbsen. Ja, gut. Design ist eigentlich ganz süß gehalten. Kometenschauer. Ninja-Balls oder Ninja-Ball. Nochmal Ninja-Ball. Fette Hummel wieder mal. Und die Knall-Erbsen nochmal. Ja. Alles zweimal enthalten. Bis auf die Blitzhexe leider. Hier hat die Packung schon eine Delle. Wir haben hier, wie gesagt, den Preis von 4 Euro. Und haben eine NEM von... Na, steht gar nicht drauf. Schade. Ich sehe es jetzt jedenfalls nicht. Ne, doch hier. 50,58 Gramm. Also insgesamt 101 Gramm NEM. Ja. Kann man mitnehmen. Ja. Ich baue euch das jetzt hier nochmal auf. Komplett, was ich alles habe. Machen wir mal ein bisschen so. Ich werde das jetzt nicht cutten, weil... Ja. Ist jetzt nicht so... Nötig für das Video. So. Das sind meine Artikel, die ich habe. Ja. Alles zweimal vorhanden. Genau. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst ein Abo da. Kommentiert. Schickt mir auch gerne bei Instagram. Link ist unten in der Beschreibung. Was ihr so habt. Und dann sehen wir uns am... Ja. Doch am besten in diesem Jahr nochmal wieder. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.